Wir schauen noch kurz, was hier hinten los ist. Da haben wir eine Mine. Das Bleirohr nehmen wir mit. Und wir haben aufbereitetes Wasser. Das war nicht gut. So. Also, weiter. Da haben wir auch noch mal einen versteckt. Aber da ist nur eine Leiche drin. Oh, soll mir das? Der hat eine schöne Jagdflinte dabei. Und wir schauen mal, dass das auch fallen lässt jetzt mal. Wenn wir nicht so schielen würden beim Schießen. Oh! Da hat doch jemand auf unseren Gegner geschossen. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Danke für die Hilfe. Ich hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich ist. Sind Sie unter einem Stein hervorgekrochen? Dies ist DC. Die ganze Stadt ist voller Supermutanten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Wir werden nicht weiter mit ihr reden. Vorsicht da draußen! Wir folgen dieser Gruppe jetzt einfach. Da ist nichts drin. Einfach meinem Zeichen nach. Keine toten Helden euch, okay? Hier liegen ein paar Sachen, die wir natürlich gerne mitnehmen. Die Laserpistole auch. Auch die Power-Rüstung ist zu schwer, die nehmen wir nicht mit. Die Emission hätte ich noch gerne. Und... Ist das. Und... Die brauchen hier zu lang, wir gehen einfach schon mal weiter. Der ist nicht wert. Da kommen Sie ja schon. Ich bin ein bisschen ärgerlich, denn ich schieße mal die ganzen Gegner weg. Damit kann ich aber eigentlich ganz gut leben, denn wir bekommen hier schön viel... Ich kann diesen Jagdpumpen und die passende Munition dazu. So. Okay, der Außenposten ist ein Stückchen südlich von uns. Colvin ist unser Speer. Vargas und Redin sichern das Gebäude. Wir sammeln noch hier die Munition ein. Eine Granate. Schadet nie. Okay, unter gehen weiter. Und? Da haben wir nochmal Munition. Und ein Fatman samt Mini-Atom-Pumpen nehmen wir natürlich gerne mit. Und wir rüsten uns die Waffe auch gleich aus. Nein, der ist nicht tot. Ich sammle noch schnell hier die Geschichte ein. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Und wir schnappen uns sofort unseren Fatman, den wir auch gleich brauchen werden. Na, bin ich blind. Da. Das, was wir jetzt vorhaben, ist theoretisch auch ohne Fatman möglich. Aber mit ist es mir eine ganze... ...eine ganze Beziehung. Schauen wir mal, dass wir den gleich mit dem ersten Mal treffen. Okay, ich sollte mir merken, dass die nicht so nahe an mir abzufeuern. Das ist sehr ungesund. Für verschiedenste Körperteile, ja. Fast. Und dann schnappen wir uns noch schnell das Zeug, das er dabei hat. Und ja, das nehmen wir auch noch mit. So. Dann räumen wir auch noch leer. Das können wir später noch gebrauchen. Und... Das nehmen wir auch noch mit. Da war leer. Der hat nur noch hingeschleucht. Ja, ich weiß. Davon nehmen wir auch nichts mehr mit. Verdammte Scheiße. Dann muss ich mich jetzt wohl bei Ihnen bedanken. Na, auf jeden Fall ist das Gebiet sicher. Sie können also gerne mit Three Dog reden, falls Sie das tun müssen. Wow, Sie fackeln nicht lange, was? Das fasse ich mal als Kompliment auf. Wenn wir die Supermutanten nicht davon abhalten, alles und jeden im Ödland der Hauptstadt umzulegen, wer dann? Die Bruderschaft tut ihr Bestes. Aber manchmal braucht man was Spezielleres. Und da kommt die Lions Pride ins Spiel. Ja, das war's jetzt. Vorsicht da draußen. Na los. So, wir können jetzt ins Gebäude rein. Bevor wir diesen Supermutanten umgebracht haben, war's übrigens nicht möglich. Doch, das machen wir ein andermal. Ich speicher jetzt mal schnell. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wir sehen uns das 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 Mal wieder. Untertitelung des ZDF, 2020